So, willkommen zurück zu der neuen Folge Super Mario 64. Oh, das mache ich da. Ich, ja, wie jede Folge fängt sie auch beschissen an. So, jetzt auch. Jetzt bin ich im Level drin. Was kommt jetzt? Ach nö, doch nicht einen Schneemann bauen. Darauf habe ich keine Lust, denn das macht nur Frust. Wenn ich es nicht schaffe mit... Oh, Mario, mach doch mal einen Scheiß-Seitensprung. Danke. Wenn ich es nicht schaffe mit dem Schneemann. Dann. Äh. Dann. Wer denn... Alter, wie soll das denn gehen, ey? Muss ich hier nicht irgendwo stehen oder so? Hallo, Mario. Was machst du da? Warte mal. Ich weiß jetzt... Ich habe keine Ahnung. Das mit dem Schneemann ist... Oh, ein Schneemann, ey. Das ist doch so kacke erklärt. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Was? Wo ist das Ding hingerollt? Wo ist das Ding hin? Nein. Ach man. Egal, ich mache jetzt was anderes. Ja. Da steht man... War wieder ein Fail. Wie andauernd eigentlich. Weil ich keine Ahnung habe, ob man das eigentlich richtig machen soll. Also von daher... Verzeiht mir. Jump, Mario. Dankeschön. So, warum ist ja nicht so ein Herz? Glauben die, das sollte so oft unterfallen oder was? Bam, 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 bam. Ach, jetzt fängt der mit schon wieder an. Was machst du da, du? Blöder Sacki Sack. Ich habe es doch fast geschafft, ey. Mann. Ach, Leute. Mario will mich verarschen. Jetzt. Du blöder Sack. Oh Gott. Jetzt aber. Und... Mario. Geschafft. Oh Mann. Ich beleidige Mario voll. Aber eigentlich ist mein Controller schuld. Dummer. Trust Master. Dual Analog 3. Ich glaube, ich hätte das nicht sagen sollen. Das steht irgendwas für ein C. Äh, nee, R. Ich glaube, das ist irgendwas für ein Copyright oder so. Auf jeden Fall. Soll ich wieder einen Schneemann bauen? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Da, 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 da. So, das wird in 100 Münzen mache ich dann später. Später, Mann. Rutsch halt noch, blöder Mario. So. Oh Mann, ich fühle mich so kopflos. Oder so fühlt das nicht, weiß ich nicht. Folge mir. Folge mir. Ja, das ist doch schön, Mann. Oh mein Gott, ich rutsche ab. Und jetzt. Rutsch, 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 rutsch da hin. Zu dem Ding. Was machst du, der Mario? Komm schon. Oh, Mario. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Da stehen. Dankeschön, ey. Das rutscht hier noch schlimmer als in anderen. Die Lenkung früher war echt beschissen. Muss ich schon sagen. Aber trotzdem hat man es gerne gespielt. Also von daher. Zum Glück ist die Folge jetzt erfolgreicher als die davor. Oh mein Gott, was soll der? Blöde Kack hier, nur Mann. So, jetzt 100 Münzen. 100 Münzen, ja. Mal gucken, ob ich das schaffe. Mach ich mal empfehle, das Ding wie Baby. Und sie haben hinterbei 100 Münzen. 100 Münzen, oh ja, nee. So. Und Jump. Oh, das war so schön gewesen, ey. Aber nein, Mario hält sich wieder immer fest. Wie immer. Total sinnlos. Sinnlos ist das aber. Wieso ist der Pinguin da? Nee, darf ich in Ruhe. Sonst blieh ich dich um. Ups. Oh, bleh. Toll, schon mal 5 Münzen verpasst. Oh mein Gott, ey. Ich hasse Rutschen wie die Sau. Besonders hier. Und ich sing schon wieder. Das ist übel, Mann. Wow, Alter, gibt der Kau. Ja, Mann. So, rutsch, rutsch, rutsch. Oh, schon mal die Hälfte von den Münzen, ey. Die Rutsche hat wirklich viele Münzen hier. Oh, ja. Mach hier das mal gemütlich. So, wir sind nach vorne. Bisschen Gas geben. Bisschen Gas, bisschen Gas. Aber nur ein bisschen. Oh, yeah. Oh, geil. Schon 72 Münzen. Dann schnell wieder raus. Und den Rest holen wir dann auch so. Hier, 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 hier. Warum ist das hier? Warum kommt der Stern? Ich mach doch gar nicht den anderen Stern. Ach, ist doch egal. Ich reg' mich wieder zu viel auf. Und Mario bleibt stecken. Hm. Und das Wetter wird immer noch nicht kühler. Also bei mir auf jeden Fall nicht. Oh, Leute, Mann. Ich stelle mich extra auf beschäftigen und trotzdem werde ich angeschrieben. Er steht sogar daran noch. Ich will aufnehmen. Und... Oh, Mario. Ich nehm' auf. Aber irgendwie kann keiner lesen. Von den Leuten, die ich kenne. Das ist der Schwul. Und dann heißt der Jogdang. Oh, Mann. So. 83 Münzen haben wir schon mal. Also dieser Weg geht es mit den Münzen recht schnell. Viel schneller als sonst. Oh, cool. Das passt sogar jetzt. Wenn ich es jetzt so hoch schaffe. Was hier ist, was ich natürlich nicht tue. Oder? Ja, Mann. Ich habe es doch geschafft. Mein Gott, bin ich gut. Ah. Und... Geschafft. Uh. Ja, ein bisschen erfolgreicher diese Episode. Das ist cool. Ja, sicher noch zwei Jahre. Und jetzt raus aus der Welt. Ah, endlich. Wo komme ich eigentlich raus? Ah, cool. Perfekt. Dann kann ich auch gleich hier auch noch rein. Ich kann da eigentlich, glaube ich, auch schon zum Bowser. Aber ich will nicht zum Bowser. Zum Bowser. Zum Bowser. So. Hier ist die... Ne, das ist eigentlich Kurs 3, denke ich. Hey, was ist denn das? Gibt es denn hier einen Stern? Beginnen die Welt. Bla, bla, bla. Okay, du gibst mir nur einen Tipp. Wie unwichtig. Ein Aquarium. Ich würde auch rein. Komm, geh mal rein, Mario. Oh, cool. Ich bin hier wirklich unter Wasser. Krass. Also hier ist das Schwimmen viel, viel, viel leichter als in Super Mario Sunshine. Auf jeden Fall. So zwei von acht. Wie immer halt. Ah, das wird schön, im Bad zu sein. Und zum Schwimmen. Im kühlen Wasser. Oh Gott, das wird aufhören. Ich kriege ja wohl Lust drauf. Ich sollte es lieber mal. Und ich war eh gestern schon. Und so. Und so und so. Ihr solltet mal wieder Folgen aufnehmen. Ja, ja. Meine Leute, meine Abonnenten wollen ja auch ein paar Videos sehen. Ey, nicht, dass mein Kanal halt für mal so tot ist, sag ich mal. Bam, 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 bam. Die Musik ist auch schön. Obwohl in Super Mario 64 gibt es ein Double, was ziemlich einfallslos war. Und ich mag das nicht. Und alle Münzen gesammelt. Oh yeah. Ah, 25 Münzen. Und eine Episode. Och Gott. Egal. Darüber will ich nicht reden. Aber die Episode ist gleich vorbei. Oh Mann. Jetzt kommt diese eine Welt, in der ich mich gar nicht auskennen. Glaube ich mal. Nein, aber schnell ist das. Schloss, 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 schloss. Keine Ahnung. Oh Gott. Piratenbuchtpanik. Ach du Kacke. Und das ist ein Block. Und hier ist auch die geile Mucke. Die geile Mucke. Hä? Mann, Mario, was machst du da? Du fällst ja rein wie ein Stein. Jump. Spring. Spring. Och Gott, er will nicht springen. Mario. Danke. Eine Stimme kratzenvoll. Warum ist hier kein Bob-Omp-Ding? Ach Mann. Ich wurde nur verarscht, ey. Ich glaube, ich muss ja die Episode in dieser Welt abbrechen. Und, ah, Mario macht wieder so einen super scheiß Ursprung. Und er fällt rein wie ein Stein. Äh, was war das jetzt? Was war denn das, Mario? Was? Okay. Mario schmackt irgendwie gerade voll. Naja, egal. Oh. Wieso fällst du rein wie ein blöder dicker Stein? Dicke Steine, Mann. Ach, scheiß drauf. Schwimmen. Schwimmen. Okay. Ich muss wohl die Episode beenden. Ja, muss ich. Also, Leute. Mit diesem Ticken verabschiede ich mich auch gleich. Wieder mal. Also, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.